Der SC Paderborn und der 1. FC Nürnberg trennen sich 1 zu 3, die Nürnberger bleiben somit oben dran und die Paderborner hängen in diesem 18-Punkte-Kreis fest und werden wahrscheinlich demnach auch ein bisschen was liegen lassen. Bittere Niederlage heute, aber eine verdiente Niederlage. Nürnberg war heute das bessere Team, ist ganz früh durch Kastrop in der 8. Minute in Führung gegangen, schlecht verteidigt vom Paderborn, die gefühlt heute in der ersten Halbzeit gerade sich einfach desolat gezeigt haben und vor heimischer Kulisse blamiert haben. Es ist eigentlich ein Wunder, dass Paderborn nicht schon vor der 39. Minute 2 zu 0 in den Rückstand gegangen ist. Es war dann Okonuki, der wie in der gesagten 39. Minute das 0 zu 2 schoss, das verdiente 0 zu 2 und es wurde noch schlimmer kurz vor der Pause Schleimer mit dem 0 zu 3 in der 44. Das war dann der Pausenstand. Ein bisschen Aufwind gab es dann für die Paderborner, als Kastrop in der 61. mit Rot vom Platz flog. Ja, aber wirklich nochmal das Aufbäumen kam nicht. Grimaldi mit dem Ehrentreffer immerhin in der 78. und sicherlich hatte Paderborn dadurch dann viele Chancen, auch in der zweiten Halbzeit. Bestimmt Chancen für 2, 3 Tore, aber wenn du diese nicht nutzt, hast du dann irgendwie Pech gehabt und ich glaube, insgesamt wäre es auch ein unverdienter Sieg gewesen. Nürnberg, wirklich was die im Moment machen, ganz ganz stark. Paderborn muss einfach in die Konstanz reinkommen. Wenn die das schaffen, dann können sie wieder oben mitmischen. Und Nürnberg, die haben nach der Niederlage gegen Schalke ordentlich mal an sich gearbeitet und heute einen verdienten Sieg eingefahren. Wie fandet ihr das Spiel? Schreibt es mir in die Kommentare. Daumen nach oben da lassen. Wir hören uns im nächsten Video und ciao.